Hier sind die Regeln, Mona. Du verlässt niemals die Wohnung. Du öffnest niemandem die Tür. Du hältst dich von den Fenstern fern. Tag und Nacht. Einfach. Wie wichtig ist sie? Sie hat bei ausgesprochen vielen Einsätzen im Libanon eine bedeutende Rolle gespielt. In letzter Zeit sind einige Leute skeptisch geworden. Deshalb haben wir sie aus Beirut rausgeholt. Nach einer plastischen Operation wird sie anders aussehen. Bringen wir sie zum Schwein. Ich bin nicht deine Gefangene. Ich bin hier, um dich zu beschützen. Sie alle wollten mich betrügen. Warum hast du uns vertraut? Wer sagt, dass ich das habe? Die wissen, dass ich hier bin. Mama! 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 Untertitelung des ZDF, 2020